die 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 das ist nicht ich was ist das ist sehr gut Ich bin dran. Das ist sehr gut gelaufen. Lernt vielmal mehr Lebenspunkte. So. Was habe ich jetzt gesagt? Auf jeden Fall begabte Heilerkötter gebrochen. Wie kann Gegner verlangsamen? Belegt ein Verbündung mit einem Bewahrungssiegel. Das kann... Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke, ich gehe erstmal hier auf die Heilung besser. Das ist auch nicht schlecht so. Wenn er Lernt wieder Rückzug... Das ist auch böse. Was hat Berwick eigentlich hier unten Mächtiges? Halt eine Fündenden in der Nähe und erhalte eine Schadens... Observationsschild proportional zur wiederhergestellten Gesundheit. Wow. Ich frage mich eigentlich gerade. Hat Berwick überhaupt die Phalanx an? Nein, hatte er nicht. Gut. Blöderer Lederstiefel. Ich sag bloß, du trägst immer noch die billigen Hordenstiefel vom Anfang. Ja, tust du. Wie die Gegenstände einfach mal keine Rüstung haben. Oder ich sehe sie nur nicht. Das Ding hat Rüstung 3, aber alle anderen Sachen... Ich muss gucken, dass ich bei Berwick alles mal in grün umtransformiere, sobald das hier vorbei ist. So, was steht hier? Gigantische Felsspitzen sprießen aus dem Boden, wo ein Sturm von unvorstellbarer Kraft durch... Das Gelände wütete. Die Waffen und Rüstungen, die von den Kadavern der Soldaten gerissen wurden, sind jetzt... Von Stein umhüllt und Zeugensturm von Kyros-Zorn. Mhm. Okay, vorsichtig sein. Ich kann aus diesem Loch nur hier raus. Auf der Schau. Verstärkung. Zu mir Fall zurück und Falle, da habe ich die Burg um jeden Preis. Äh, ja. Erstmal die Falle wegmachen. Dann muss ich... Sollte ich den Mondläufern... Äh, nee, das sind Steinschilde. Okay. Weißt du was, Lörer? Steiger mal deinen Bogen ein bisschen. Sollte ich den Mondläufern? Ja. Da, lobe das von der Rucker. Stich mal zu. So. Ja, okay, du kannst auch durch was machen. Oder bist du aufs Selbst- sich selbst verteidigen, Gruppe verteidigen, bitte. Ja, okay. Äh, Bär weg. Und Laundry, heil mich mal schnell. So. Hier wird's Klingelwurf, Speer. Wäre in ziemlich vielen Sachen besser als mein aktueller? Nee. Ach so, Flügel des Herolds. Oh ja, und ich hab ne Sigil. Diese Schriftrolle, magischen Akzent. Gegner unterbrechen. Das klingt eigentlich nicht schlecht, aber das gucken wir uns später an. Ich hätte gerne den besseren Wursch, Speer erstmal. Und das hier sind Pläne. Diese Pläne beschreiben, wie man den Zweihandhammer verfertigt. Okay. Mhm, Ressourcen. Und ja, da sind die Geschmähten durchgebrochen. Während wir einfach außen rumlatschen mussten und gegen alles mögliche kämpfen, sind die Geschmähten einfach einmal mitten durchgebasht. Und ich glaube, ich werde einfach bei Lyra mal ein bisschen trainieren, um sie abzugraden. Gerade, was Magie angeht. So. Ein Stufen voll Großpogen. Ach übrigens... Welche Haltung kannst du nochmal ausweichen? Minus 10 ausweichen, verleitet mich so einen Angriff. Bonus Schaden. Nö, ausweichen ist da wirklich besser. Ähm. Hallo. Hallo. Ich glaube, da wäre ein bisschen Unterstützung von den Dreien nicht schlecht. Let's be off. Berwick. Lock mal an. Haltet sie fair, beschützt den Regenten. Ja, kommt. Puss, puß, puß. Genau. Gut. Ähm. Schutz auf alle. Mehr Schaden für alle. Nöra, du stehst gerade da. Nöra, du stehst gerade da. Gut. Ähm. Kümmern wir uns erstmal um den bronzenden Wappengenossen, wobei Berwick erstmal geheilt werden muss. Äh, nein, du heilst Berwick. Gut. Dann muss erstmal die resolute Klinge hier weg. Wobei der Gegner hier direkt vor uns auch nicht schön ist. Er will carry. Äh, das Problem ist gerade, ich kann Lyra nicht heilen. Weil ich einfach nicht an sie rankomme. Landwink hat sie heilen. Na gut. Das geht auch gerade noch so. Will do it. Jetzt habe ich die getauscht. Das war die gar nicht. Landwink wäre kein. Ich heile Notwink. Diese Wege ist enttäuschlich wertvoll. Am besten nochmal Berwick über die Zeit teilen und Berwick hier mitteilen. Okay, Berwick kippt auch gleich um. Dann holen wir den Berwick gleich zurück. Ähm. Außerland, wir kippen gleich auch noch um. Ich habe sie nicht. Wir können nicht mehr versuchen. Du kannst nicht mehr versuchen. Du kannst nicht mehr versuchen. Ich bin nicht mehr 혹시, wie du das Klinge hast. Ich habe das Klinge verbrach. Ich habe das Klinge. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Das war doppelt und dreifach kacke gerade. Ich habe nämlich den bronzenden Waffengenossen nicht tot gekriegt vor Landry und mir. Ich habe Lyra nicht heilen können, weil ich blockiert war von den blöden bronzenden Waffengenossen. Und Landry konnte jetzt Beric nicht heilen. Nein, oder? Und ich habe vergessen, quicksave zu machen. Das ist jetzt doppelt kacke. Oh, Mann. Jetzt darf ich mich hier nochmal durchschlagen. Wie lange hebt das eigentlich? 30 Sekunden. Du hast es geschafft. Ein anderer Krieg. Ich beginne zu denken, wir sind so schlecht, wenn wir... So, Beric ist gerade ein bisschen umgeworfen. Das ist ganz wichtig. Das Ding kann nicht pierce die weg. As you command. Allt. Smeree IS. Gah! 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 Gah!